Das ist ja mal was anderes schon. Das muss durch die Bäume huschen. Komisch, dass genau da die Seile sind. Ja. Naja, warum? Der ist ja selber über die Seile. Er hüpft. Da ist er am Boden. Da wird's da mit einem kleinen Zeilen. Mal rüber. Vielleicht der Jener tut doch. Entschuldig. Wenn man hier wartet, hat man einen guten Blick auf das Kaja-Lager und die Lichtung. Warte, die Ziegen brauche ich. Oder kann ich? Gut, ich brauche jetzt fettige Fleisch. Oh, schön. Ja. Ha! Habt ihr die Ziegen jetzt gesehen? Ja. Ja. Wie war das immer? Geht nur, wenn ich gut war. Okay, bin ich nochmal gut davon gekommen? Also, davon kommen. Hab ich's gekillt, ohne dass wir nerven gehen. Oh, ich kann meine... Eigentlich kann ich fast gar nichts mehr spüren. Hm, das ist seltsam. Sag das so. Kann nicht sein. Kann ich dir anhören in dem Modus. Also toll, das muss ich wieder so machen. Ähm. Herstellen genau wollte ich was. Und zwar die... ...dreiten Kapazität irgendwo haben wir... ...oder? Nein, haben wir noch nicht. Okay, gut. Ich meine, die Mama hat Ziege gefädelt dabei. Kommt doch her. Jemand hat es abgedeckt. Aber irgendeine rechte Ziege, fettes Fleisch. Es wurde hier versteckt. Karja Rüstung. Sieht schlecht aus. Kann ich schon was. Sieht schlecht aus. Hier ist jemand. Keine Banuk. Dann vermiss sie niemand. Attiviert das. Das sieht nach Ärger aus. Oh, okay, wat. Da köper wieder lustig sein. Was ein Schuss mit der Rüstung, gell? Gib die nicht. Abweich! Na gut aber. Siegen logisch. Hier sind wir gleich mit. Whoa! Oh, ich bin nicht! Ich habe mich nicht verwendetelt. Ich habe das ein Decker! Auf jeden Fall. Ich hab mir vorgesen. Das war's bei dem muss ich eher dachterhubsen. Uh, das wäre ein schöner Headshot gewesen. Alle drei noch nicht. Nein, aber einer trocken. Nein? Ja, alle nicht. Jetzt habe ich keinen einzigen getroffen. Ja, so hast du mich vorher auch gemacht, Schatz. Schatz! Weißt du was? Ich bin zu weit weg für den... ...und wofür? Rache für den Krieg? Wer entscheidet, wann ein Stamm den anderen nicht mehr hasst? Ich sag's dir. Nicht die, die kämpften. Nicht die, deren Lieder verstummten. Wie die meiner Sippe. Für eure Tat wurde ein anderer Banuk zum sicheren Tod verurteilt. Was ist mit seinem Lied? Deshalb bist du uns gefolgt. Für diesen Vollidioten-Innertod. Das Schicksal ist gerecht. Sie haben ihn schon in sein Exil gebracht. Mal sehen, wen die Kälte zuerst holt. Nicht, wenn ich schneller bin. Ich muss Ina-Tut hinterher. Aber ich muss noch mehr Beweise finden. Ich muss nicht mehr lächeln, blüht dann so Schatz aus. Sie juckt mich die Nase, ich kann nicht kratzen. Jetzt, jetzt. Ja. Ja. Ich hab schon zu viel dabei. Trophäen. Neuer als die anderen. Er gehörte einem Karcher-Soldaten. Das macht es nicht besser. Haben sie die Kleidung ihrer Opfer behalten? Diese Karcher-Kleidung ist kalt. Aber nackt im Schnee nimmt Innertod, was er kriegen kann. Okay. Zeit aufzubrechen. Wenigstens gibt es einen Schleidweg. Ja. Aber es gibt einen nicht schon. Was mit deiner Nase? Meine Nase nervt. Ja. Ich hab mir den leider nicht gerechnet, denn die Beherwechler. Ja. Das ist aber Pech. Das ist aber Pech. Da. Schnell weiter, schnell weiter. Schnell weiter, schnell weiter. Ja. Hopp, hopp, hopp. Kaloppen. Ach, ruhig. Ich mag jetzt nicht diese Zeilen werfen, aber ich hätte es nicht ausgemacht. Ja, das ist die aufgewertete. Ich hoffe. Sieht aus wie ein Ort, an dem man jemanden um die Ecke bringt. Den gefrorenen Wasserfall komme ich nicht hoch. So. Vielleicht über die Seiten? Klar. Das muss ich schon lange machen. Ja, mach mal kurz. Das macht ein komisches Geräusch, oder? Bitt ich mal das rein? Weißt du das? Was denn? Ja. Ja. Haben wir das nicht gerade gemacht? Ja, das geht jetzt nicht her, oder? Ja, das geht jetzt nicht her, oder? Das ist nicht so. Ja, du bist super doll. Das ist einfach. Ja, das ist doch. Es geht jetzt mal rein. Ich bin auch immer eine Art von Fatte. Ja, du bist ja, du bist ja. Also. Ja, du bist ja. Komm, jetzt muss ich doch eh schon verreckt sein. Der nervt mich da hoch. Halb geschafft! Ich weiß es nicht. Das wird das Eis sein oder was? Das Eis macht die Brille oder was? Ja, ich weiß es nicht. Irgendwas klimmert. Irgendwas klimmert. Waren das nicht immer irgendwelche Blumen oder Pilze oder sowas? Ja, das nehmen wir unterwitzelt. Testgefroren. Das ist mir nicht geheuer. Ich weiß es nicht, ich wollte es mal schauen. Jetzt ist es weg. Jetzt bist du sicher vorbeigelaufen. Ja, aber es ist nichts da angesechnet. Geht das überhaupt schon da? Ja. Inna tut! Inna tut! Hat er Schutz gesucht? Ich hoffe, das hat er. Hinter dem Fels. Manchmal ist es komisch. Laufschlafen. Puh. Ist das ein bisschen kalt? Ist das wirklich? Oder sitzt die Kälte schon in meinem Kopf? Ich kenne die echten Mörder. Keiner muss mehr deswegen sterben. Nimm die hier. Der hat schon die Uhr Hautprobleme gerade gekriegt. Kleidung eines Kaja. Bin ich nicht schon genug gestraft? Aber besser als nichts. Ich schwöre, ich sah dort schon meine Ahnen. Sie sagten, uns wundert nicht, dass du hier bist. Du solltest dich beeilen. Maschinen. Nehmen nicht. Hm, um Tenmin. Du solltest dich wieder an einigen. kirrig? ich gehe das nicht schon drauf. Ja. Aber nicht. Ich habe das nicht mehr. Ich bin ein Wanderer. Genau. Ich bin ein Wanderer, ich bin ein Wanderer. Oder du irgendwas? Ich hab noch die Block rausgemacht. Hier. Mit einer Kinder oder? Jetzt habe ich einmal geschafft, dass ich drei Pälle aufblasen. Was ist das? Nichts. Ich bin gefeuerlich. Ich bin gefeuerlich. Jetzt habe ich ihn reingeschaut. Ich bin gefeuert. Ich bin gefeuert. Das war's für heute. Es gibt ja nicht so, dass er die Lieblings-Leute ist. Ich bin ein Wettbewerb. Wir können nicht wenigstens außer das starke Ziel werden. 1,2,3. 2,3,4. 1,2,3,4. 1,3,4. Es wird ein Blut zu viel. Ich bin eigentlich schmack da. Ich bin so schnell, wenn es auch nicht. Aber das ist nicht. Das wäre aber nicht. Das würde ich noch mal vorgemacht. Ja, da haben wir schon mal ein Warnschilds. Die Waffe ist ein Torben, ein Maul da. Oh! Wie schwer sind da eigentlich? Wo landen wir denn? Ich freue mich schon auf God of War, dass es dann bald kommt. Ich freue mich auch schon so. Heute für das ja nichts Stream ist und ich kann keine Accountsperre nutzen. Ich bin nicht blöd, aber ich scheibe es nicht raus. Wo liegt der zweite? Hm, das wird zu schwer. Genau, die hat 100.000 Teile. Aber das wird zu schwer. Das war vielleicht ein Kampf. Deine Prüfung ist vorbei. Andere Banouk haben den Mann getötet. Deshalb, weil er ein Karja war. Weißt du, warum ich ihn schlagen wollte? Er hat die Ehre der Banouk infrage gestellt. Die Ehre? Das habe ich gedacht. Na los, bringen wir dich zurück. Wenn ich unten bin, finde ich den Weg auch allein. Ich muss nur nachdenken. Daran bin ich gewöhnt. Wer weiß schon, was passiert. Dann sehe ich dich in der Stadt. Du musst dort ankommen. Okay? Ich verspreche es. Laut Banouk Gesetz ist er unschuldig, wenn er überlebt. Aber ich will seinem Hauptding beweisen, dass er nie schuldig gewesen ist. Ja, das können wir nicht beweisen. Achso, danach habe ich aber... Ja, du wärst jetzt aber schön blöd. Genau. Und jetzt kann ich das erste Mal meinen Zack machen, solange der Ladescreen ist. Ja, du bist. Ich verspreche es dir. Ich schade! Das war's für heute. Und wieder da. Habe ich es zumindest noch mal verwenden können, obwohl es eigentlich sinnlos war, weil leider alles grün war. Trotzdem. Hätte ja sein können, dass wir mal schneller sind. Ja, ich glaube, solange ich Kapitel 4 Pro habe, brauche ich mir da keine Gedanken machen. Habe ich mir da keine Gedanken machen? Habe ich mir da keine Gedanken machen? Habe ich mir da keine Gedanken machen? Du findest in einer Schlucht nordwestlich von hier noch mehr, auch die Leichname der Mörder. Das Exil erfüllte trotzdem seinen Zweck. Er war unseres Verdachts schuldig. Das Schicksal fiel wie Schnee. Und falls Inna-Tut zurückkehrt, wird er freigesprochen. Das ist nicht dein Ernst. Er spricht für den Werak, meine Nora-Freundin. Du siehst lächerlich aus. Wenn du zu meinem Werak zurückkehrst, verhältst du dich wie ein Banuk. Wie verhält sich ein Banuk, mein Häuptling? Wie ich? Ein Urteil akzeptieren für eine Tat, die er nicht begangen hat? Oder wie die anderen, die kaltblütig für Verbrechen töteten, die ihre Karja-Opfer nicht begangen haben? Ich denke, was ich trage, macht mich nicht mehr und nicht weniger zu einem Banuk. Zu seinem eigenen Besten wäre es für ihn klug, weniger zu denken, Nora-Freundin. Ich spreche mit ihm, aber nicht für dich. Siehe es nicht als selbstverständlich an, dass der Werak dich braucht. Beweise ihm, dass es so ist. Das ist die Musik komisch. Ich widersprach dem Willen meines Häuptlings, verschmähte den Werak. Wie fühlst du dich? Wie nach einem Schlag in den Markt? Ich könnte einfach weitergehen. Aber wenn meine Wut verfliegt, bleibt mir nur noch nichts. Wo sonst soll ich hin? Was sagen wir? Geh dorthin, wo du dich zu Hause willst. Du kannst für dich entscheiden, was es heißt, Banuk zu sein. Vielleicht ist es nicht das, was Häuptling und Schamane sagen. Ob du bei diesem Werak bleibst oder einen anderen findest. Ich bevorzuge Entscheidungen wie, ist er links besser oder rechts? Du hast mehr zu bieten als deine Fäuste. Darum glaubte ich dir. Mein Häuptling brachte mir Ehrlichkeit bei. Sagte, ein Banuk ist kein Verräter, denn das Eis ist verräterisch genug. Ich bleib noch eine Weile sitzen und spreche dann mit ihr. Und du, Nora Mädchen, nimmst du mein Geschenk an? Ein bisschen mickrig im Vergleich zu deiner großen Gabe, aber... Ich bin geehrt. Danke, Ina Tut. Was haben wir jetzt gekriegt? Von Ina Tut? Blaglians, oh, blaglians. Gut. Geht sich da vielleicht doch wieder was aus? Leider nicht. Haben wir jetzt dieses Sturmschleider schon? Ja, gell? Das heißt, das Sturmschleider müsste auch... Das ist schon weg. So. Passt. Ähm... Modifikationen. Die können natürlich weg, so als würde ich es nicht sehen. Keine grünen und blöden Sachen. Nur hibische. Passt. Ich weiß noch, ob ich jetzt brachte, ob wir das Hackerl wegkommt. Dann mal hier ist die Kuh. Dann... Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ich muss sterben. Warte, wenn wir die Mördergeäu gemacht haben, könnten wir eigentlich auch gleich... Haben wir schon. Na, haben wir kurz einen Denkfehler gehabt. Wieder Lade-Screen. Wieder Lade-Screen. Das ist schon. Das ist schon nach dem Moment. Nein, da ist es zu sagen. Und dann ist da. So, dann retten wir mal hinauf. Wo ist mein Viech? Die Böderkirche machen jetzt, Karo haben wir jetzt geschickt. Okay. Was, dann machen sie das? Okay, komm. Fahre, ich stehe mein Viech. Kann ich mal entsprechen. Gehustet habe ich. Okay. Das war ja schon. Okay, haben wir es geschafft. Dann machen wir die Drecksklaue einfach. Dann soll es wohl stehen lassen. Egal. Das ist eine Mörderklaue. Das ist eine Mörderklaue. Das ist eine Mörderklaue. Das ist eine Mörderklaue. Okay, das war's mit dem Schleichen. Das ist eine Mörderklaue. 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 Aber jetzt. Wenn der hin ist, heißt das... Aua! Heißt das, er kann sich nicht bewegen. Das ist eine Mörderklaue. Schwäche Frost. Schwäche Frostgebiet. Oder Schwäche Frost. Oh, krass. Echt Schwäche Frostpistole. Das ist eine Mörderklaue. Sei noch ein Mörder. Das ist eine Mörderklaue. Das klingt ja nicht... und seine Teile... Was soll ich machen? Das muss man reagieren. Sonst war doch vorfort. Oh nein! Oh, da oben kann man sicher rein. Ja. Yes, es freint auch noch. So kann man ja wieder ner. Also, ich bin sicher. Ich will gleich machen. Achso. Oh, wir werden es vielleicht abgeschaut. Ich bin halt. Ich bin halt. Ich bin halt. Ich bin jetzt noch so. Ich bin jetzt auch schon über die Aufmerksamkeit. Und jetzt bin ich jetzt nicht. Ich bin jetzt schon über die Aufmerksamkeit. Das wäre schon an sie, wenn ich jetzt bin. Ich habe noch einen hinterheren Schuss gekriegt. Aber ich habe mich nicht mehr so als etwas in der Rückkehr. Aber ich bin mir nicht mehr so, wie ich das ohnehin habe. Ich habe auch einen Schrauben. Aber ich habe einen Schrauben auf dem Weg gebracht. Ich habe einen Schrauben nicht mehr. Ich habe einen Schrauben. Ich habe einen Schrauben. Ich habe einen Schrauben. Ich habe einen Schrauben. Ja! Ich mach nichts, jetzt brennt er wieder, hihihi, jetzt brennt er wieder, er brennt, er brennt, er brennt, er brennt, er brennt, gleich stirbt er. Oh, das wollte ich jetzt cool machen. Er ist zäh, das stimmt, aber er hat trotzdem keine Chance gegen uns gehabt. Oh, das geht doch nicht! Ich muss wiederholen werden, das geht doch nicht, soweit nicht. Ich muss wiederholen werden. Ich muss wiederholen werden, ich muss wiederholen werden, wenn es wiederholen wird. Ja, ein Ladescreen des Todes wieder. Ja, fünf Stunden später. Eineinhalb Stunden könnte man noch spielen, dann könnte man God of War spielen, ohne dass man gebannt werden. Es ist vorbei. Es war nicht leicht, aber der Steinbrecher wird nie wieder jemanden verletzen.